Was ist da los? Was ist da los? Hiiii Servus Willkommen zurück zum Biomekka Warte, der Grinspie Der, der da macht hier grad ein bisschen rum, ne? Was hier los? Was ist da los? Das ist dahinter Die Schuf nach vorne Ja, das ist schon besser Ja, das ist schon besser Ich glaub immer noch nicht so gut, aber das ist Nach außen Dann sieht man das nächste Sodass man nicht noch sieht Siehst du? Problem gelöst Ja, du musst da bis nach Rest hier Damit du vor dem das jetzt Ja, so ist das doch super Und es ist ein bisschen die Restung Und dann Et voilà So, nachdem wir das jetzt erstmal angestellt haben Gibt es neue Aufträge, ne? Schau mal mal Schau mal mal, ja Nö Warte, nein du musst auf R und auf L Und die next page zu Ich hab doch auch nichts gemacht Ich hab doch auch nichts gemacht Dann muss man die anzupressen, ne? Hier schau mal Ja, mach du mal hier Vielleicht bist ja du intelligenter Wie ist Hä? Geht's um Hä? Was ist um? Ich hinterfrag's nicht weiter Ich hab' das Ich hab' das Ich hab' das Ich hab' das Und wir wohn' das Ich hab' das Ich hab' das Wohn' das Das ist ja... Ja, jetzt geht's. Ja, jetzt haben wir die Münze, aber viel krass. Mehr gibt's da hinten, glaube ich, auch gar nicht. Eigentlich geht's nur hier um den Turbo. Mit dem man Easy-Gong alle rasieren hier. Und bei... Ah, ich glaube, mit dem Ding kann man ja nicht durch die Tour, dass es Gritte ist. Naja... Und diesen Panzer werden die bestimmt brauchen. Spast! 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 Hallo! Ich hab dich doch getroffen! Erb ich aber auch. Ja, aber er darf es nicht. Da bist mir Respekt hier vor Mario. Ah! Da kann man das alles auf oben einquetzen. Oh Gott! Äh... Das ist doch ganz witzig aus. Äh... Was zum... Was ist dagegen gekommen, wenn? Okay. Ja, lustig, ne? Aber ich glaube, das hören die... Aber doch hören das immer auch. Und dann... Ach, da war er mitwählt. Gut, das ist, äh... Gut. Dann überleben wir das jetzt wenigstens. Eventuell... Vielleicht... Theoretisch zumindest. So. Komm... Die können wir mal kreuzweise... Ich rolle da einfach dran vorbei mit meinem Mercedes. Aha, Mercedes. Ja, das ist der neue Mercedes. Kennst du nächstes auch nicht. Oh, aufgespießt. So, und jetzt haben wir hier... Ah, fuck. Teufelschutz, der mir zwar... Äh? Nein? Oh, scheiße. Hallo! Joa... Ja. Ja, wir haben auch gut gemacht. Ich bin begeistert. das sieht komisch aus jetzt sieht man wirklich nur uns man sieht auch meine muskeln er war so traurig dass uns eine stunde entfallen ist er sich überall beschwert und ich hab ihm auch gesagt ich war so traurig ich hab ihm gesagt dass du gerne nach sport mit ihm gerne noch eine stunde englisch ja was im glück dass ich nicht in englisch habe so wer weiß hat keiner was sache ist der herr morsche ist so ein lehrer bei uns grüßchen raus falls sie hier unser videos hauen dann haben sie erst was falsch gemacht neben neben der soundtrack ist nice davon ja das ist wir sagten dass der beste freund ist hier ist ja nicht mehr Oh! Nein! Wird ich gerade hier fest, kann man wissen... Alter, ich bin da doch nicht mal dahin gekommen hier. Machst du's doch erstmal besser hier! Eigentlich geht das, weil wenn man jetzt nicht so dumm ist wie ist, dann geht das. Ich muss mal warten, bis da hier so... Genau! Dann macht man hier so und so und dann ist man voller Pro. In dem Spiel. Ist heute dieses Skilllevel an, das ist Level... 100. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 8. 11. 12. 13. 14. 15. 14. 15. 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 und... lol ach ja weißt ich hab total easy Block Level und du hast dann wieder die komplizierten Flüsse Level das ist doch ganz gut ja aber die Musik ist perfekt ja was haben wir da unten du musst da hier logisch setzen du hättest das Ding da du hättest das das jetzt nochmal loshecken und dann Hättest du und das so läuft der Hase siehst du ich's kapieren wie das läuft so und dann sagst du ich spiel damit ja das ist lustig aber die Idee dahinter ist lustig lol lol so ach so ach so jolo lol lol aber das sind Einfallsgeist Level die sind halt nicht so normale Gegner die man da einfach eine Cox-Helde geben muss dann sind die Werkstunden hier das ist echt besser als beim Einzel ja das eh ne das ist das nicht so sagen die nicht dafür sind du hättest das jetzt da aber jetzt müsste es ja nicht mehr weil jetzt ist ja der Tropfesen genutzt es müsste da drauf genau aber das war jetzt wird's ein komplizierter naja eigentlich nicht viel witzig du 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 hast du noch 133 minuten Zeit äh minuten erst 133 minuten wer kennt ihr es nicht et voilà ich hab den Schlüssel so macht man das so macht man einen richtigen jump hast du gut gemacht ich bin begeistert echt gut so willst du wechseln es immer nach alle zwei Level ab das heißt darfst du noch spielen uh schon 31% yeah bauen so langsam so langsam wird's ja denn du musst jetzt hier Flucht vor dem Foulpilzen hier da also für haha er rollt hier aus dem Bild wie so eine Rollenmobs so das ist ein Insider aber den kennst du auch nicht oh das ist ja geil hier uh das ist gruselig und das ist ein Giftpilz das ist ein Foulpilz das ist nicht gleich das ist ein Foulpilz da hast du ja der ist halt verfault jetzt ruft mich jemand an dann dann lassen wir es nehmen man wegen dir bitte Videobeweis das war seine Schuld gell seine Schuld Ben wenn du type wie wie Das war's für heute. Ja, ich bin schlecht. Das ist Schrott. Ich bin schlecht, sehr schlecht. Wie soll man dort bitte hinspringen? Das Ding geht viel zu langsam. Wir sollten echt den Bildschirm ein bisschen schneller machen. Sonst muss ich im Minitempo nicht vorbeigehen. Das geht nicht. Das Level ist echt nix für mich. Aber für David auch nicht. Der, der da kann nix. Ich glaube, er würde es auch nicht schaffen. Das wird dann der zweite Game Over sein. Ich glaube, man muss das aber eher so machen. So springen. Ja, das ist ... Ich bin schlecht. Es gibt nichts anderes zu sagen. Ich bin schlecht. Von der Idee her ist es witzig. Ich glaube, vielleicht den Tempo ein bisschen ... Giftpilz langsamer machen. Ich bin schlecht. 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 Ja, für alle Leute, die Maps für uns gemacht haben. Ihr könnt die an einer bestimmten Webseite schicken, die ihr unten lesen könnt. wenn ihr könnt ruhig darauf klicken und die maps schicken wir werden sie dann machen wahrscheinlich nach dem story mode für alle die maps schon kreiert haben und so werden sie nach dem story mode werden wir sie höchstwahrscheinlich zusammen machen als video vielleicht schon der dritte game over ja chef koch dein level ist unmöglich ja da war ich kurz abgedeckt 3 3 3 game over schon 15 mal bin ich gestorben in diesem level 16 16 mal gestorben 4 ja 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 ich habe keine ahnung war nicht zurückkommt das kann vielleicht noch ein bisschen dauern weiß auch nicht wie wichtig der anrufe gerade ist das musste man mir erklären das müsste man mir wirklich erklären vielleicht jetzt der vierte game over das schlimmste ist auch noch ich weiß nicht wie weit ich war vielleicht war ich noch nicht mal beim vierten des levels das wäre ein bisschen nervig aber vielleicht vierte game over 20 leben sonst mal schlimm gestorben so dass probieren das level ist scheiße ich habe es immer noch nicht geschafft du hast das immer okay wenn du möchtest kannst du dein video anschauen und sehen wie oft ich gesagt habe oh dieses scheiß level das klappt ja okay dieses level geht es weiter allerdings erst im nächsten part weil der part erst im gehirn lang ist machts gut bis zum nächsten mal ciao ciao ciao